Ihr wisst ja, ich bin immer so jemand, der gerne alle Matches aufnimmt, aber nicht alle hochlädt. Keine Angst. Warum so ein weißer Kreis du mal mit Lux? Das ist der, dass du bist. Ja. So. Das gab's bei den anderen Modin auch damals noch. Konntest noch mal alles schalten. Aber das sind gelber Lebensbalken. Ja. Ja. Willst du dich beklagen? Ich glaub mir, es hilft dir aber trotzdem. Das ist fantastisch. Welcome to the Lasershow. Mehr Schilder? Mehr Schilder. Mehr Schilder. Give me Schilds, please. Boah, die Lache, ey. Die Lache ist furchtbar. Ja. Nein, nein, nein. Nein, die beste Lache. Da, tötet sie! Mach ich nicht ungefähr. Guck dir, passiv ein. Achso. Das ist Stress. Ja. Das ist wie Leona, nur Selbstversorgung. Ja, genau. Haha. Guys, what? Nur mit Auto-Attacks. Tötet sie! Sauber! Haha! Haha! Ich denke niemals an's passiert! Welcome to the Lasershow! Ich weiß nicht wie CSG, aber... Die Lasershow... Lasershow ist ja erst wenn... Wenn wir alle L6 sind, dann ist Lasershow. Aber so richtig. Stimmt! Au, 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 au! Ich bin jetzt nervt! Au, 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 au! Was, was mag ich denn als erstes? Ich mache... Ich würde das bei uns... Ich mach den E! Ich mach den E! Ich mach den Q als erstes! Ich mach auch den E momentan! Das ist Sway, hier ist ganz nett! Also richtig lustig wird's erst wenn wir alle Ulti haben! Ja! Dann siehst du nur noch Ultis! Ich bin ehgum! Ich glaube ich geh auch auf 40% Q dann wieder! Ja! Oh ja, das auch auf jeden Fall stimmt! Natürlich! Also... Ich muss glaube ich... 16 Sekunden! Nein! Die lebt noch! Ah, ich bin weg, ich hab da mein D und mein E miteinander! D ist verschillt, D ist es nicht! Okay! Ähm... Ist ja das Nerv wärst du, ey! Ich hab das schonmal preventivstehen! Das ist so schlimmste Scheiße! Ich find's lustig... Ich find's ja lustig, dass wir gegenseitig unsere Passiv aktivieren können! Anscheinend! Ich hab kein Mana mehr, das gibt's ja nicht! Ja, ne? Ist furchtbar! Luchs ist so Mana-hungrig! Ja! Wenn du die ganze Zeit nur spammst! Ja klar! Ich will aufhören immer meinen Schildkram auszuweichen! Sag's ausgerechnet du! Ja stimmt! Sag's ausgerechnet du! Weißt du, wie du gestern jeden Einzelnen von meinen Schildern ausgerechnet bist! Nee! Nein! 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 Die muss gerecht werden! Sauber! Gut gemacht Lux! Ich weiß nicht welche! Ich weiß es auch nicht! Ein Lux! Das ist Crucible! Oh, ich schwör Karo! Wenn du die Wicke als Crucible schuhrt! Na ich schwör! Ohne Zeit! Ja! Double Rainbow! What does it mean? Oh, ich bin gleich über 6! Ja, ich auch! Ein Minion noch! Ein Minion noch! Dötet ihr dieses verdammte Minion! Dann müssen wir alle gleichzeitig feuern! Boom! So viel zu gleichzeitig feuern! So viel zu gleichzeitig feuern! So viel zu gleichzeitig! Woah! Shit! Welcome to the laser show! Nein! Oh, executed! Okay! Ja, ha, ha, ha! You're too funny! Ja, ha, ha, ha! Welcome to the laser show! Okay! Unterwegs! Ab, 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 ab! So viel Schild! Das sind unsere Schilder eigentlich! Ja! Ja! Hey! Oh Mann, ich hab, ich hab bereits jetzt auch mal einen Ult 60 Sekunden Cooldown! Ja! Ah, die dürfen nicht Level 6 werden! Das werden sie aber früher oder später leider! Jetzt ist ein Level 6, Vorsicht! Oh Gott, jetzt werden wir gesnipert! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wir müssen uns dann alle nebeneinander stellen! Und dann sozusagen einen riesigen Laserstrahl! Yes! Oh mein Gott, ich kriege die beste Idee aller Seiten! Ich hab halt wohl schon gleich wieder! Ich hab auch, 5 Sekunden! Ja, ne! Ja, ne! Nein! 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 Warte, warte da rein! Jenny! Wir wollten noch zusammen machen, Jenny! Oh! Oh,inea ness brain by cnkse! Oh, desapare! Das ist so fantastisch! Das ist so fantastisch! Das ist richtig übel scheiße! Aber... Cool! Das ist so fantastisch, ey! Ähm, Jenny? Haben wir noch irgendwo ein Fenster offen? ich weiß es nicht weil du warst ziemlich laut ich brauche die ich habe keinen klar was ich mache was mache ich aber ganz kurz gucken da ich hab sie töten sie ich habe aber nicht alle aufstellen alle aufstellen alle graben Linie 3 2 1 los ich hab sie getötet hallo Luchs was geht Luchs alles tot das war super das macht so Spaß hier Stärkisch die müssen sich auch nur gedacht haben als sie das zu sehen haben oh Gott was will oh Gott was nein 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 2 50 Sekunden cooldown ich stehe 3 0 10 ich hab 3000 Gold ich müsste mal sterben ich will sterben bei dem Niederleave Spiel war es so hin so dass wir teilweise 6000 Gold hatten 8000 ich hatte 8000 wenn ich sterben bin mein Rekord war mal mit 6 16,5k Gold so ich hab meine Ult für das ich hab auch meine Ult wartet ich brauch noch kurz aber wir müssen dann erstmal alle in eine äh wir müssen uns für eine Richtung entscheiden oder äh alle geradeaus die gerade im Gefängnis sitzt das wäre natürlich auch geil wir können alle aufstellen so alle auch Stellung beziehen Stellung beziehen und zwar so 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 hier ah nicht Leute das ist nicht zu gefährlich da oh shit das das deswegen ist es zu gefährlich da ja lassen was wir deswegen nicht alleine loswerden das ist eine scheißidee ah da wirst du einmal ah fickt es töte sie wir sind echt schlecht im skillschutz land meine Güte ja skillschutz landen ist es nicht so der ihr business ja die haben ja so gepickt was meinst du warum die kriptmeine ist groß deswegen sag ich nicht нее wir machen aber obwohl ich glaub bei l��을器 f authority die farb das ist so geil das ist 화를 du hast은 den stick du hast hatte issues he스 congratulations aah is this so fantastisch 10 Sekunden ist mein Ulti da da sauber 2 Sekunden 10 Sekunden bei mir noch Damn Das ist super gut Nein Ah, gestorben Wunderbar Mit deiner Ulti Na klar Nein, gekackenlockt, gekackenlockt Mit deiner Auto-Attack Weil ich werde nicht mal mit einem Ansatz Irgendwie mich dafür interessieren Sich mit mehr als bloßem Auto-Attack zu kennen Euer Team hat einen Tor zu schützen Bad Oh, ich hab gleich wieder meine Ulti Ja, ich auch Ich hab mich doch gerade eben erst abgefeuert Nein Ah, ihr kannst knapp überleben So, okay, ich bin wieder da Oh shit Nein Nein Ich meine gegen Yasuo hätte ich jetzt nichts gehabt, ne? Ich schon Nein 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 Oh shit Oh komm schon Die darf nicht überleben Ja, sauber. Aus, jetzt, 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 jetzt! Boah! Boah, oh mein Gott, ne? Die haben 3, das für euch ist auch nicht aufgeführt, ey. Äh, der Juno-Beta-Code-Sperience-AD. AD-Lux. Wir wollen nur Counter-Bruiser-Bruiser-Lux spielen, ganz klar, machst du das HD. Ja, EINE AD-Lux ist dabei, stimmt. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass meine, dass meine Ult so ne, so ne Begrenzung hat. Ja, und den Ganzen? Ja. Ich dachte, ihr geht tatsächlich durch, bis, bis zum Ende der Welt. Ja, das ist, das ist ja furchtbar. Das wär grauenhaft. Du könntest mit Überall-Authenthafte irgendwelche Buffs stehlen und Baron und... Naja. Ja, das kann man ja auch. Sehr geil. Das kann man mit Jinx doch auch. Ja, aber Jinx! Jinx ist kein Pass-Dru. Das ist einfach der Erste, der Tritt explodiert. Aber stell dir doch vor, Lux geht ja durch alles durch. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Triple Kill! Welche, welche Lux hat der Triple geholt? Ich bin der Rass. Das kannst du im Chat nachlesen. Supergut! So, Minions! Geht den YOLO! Der YOLO hält am wenigsten aus! Wer? Haha! Ich wusste doch nicht der Ende! Ich wusste doch nicht der Ende! Lasercraft 3D hier! Nein, Mann! Ich will doch ein bisschen! Ich will doch ein bisschen lasern! Ich hab mit 7 Sekunden meine Ult! Warte! Ich hab 39 Sekunden cooldown auf der Ult! Ja! Aber es geht bis auf 30 Sekunden! Ja, aber es geht bis auf 30 Sekunden! Boah! Auf 40! Und dann noch so 26! Oh! Ah! Nein! Ficken! Ich hab's geändert! Ich hab's geändert! Ich hab keine Mana mehr! Scheiße! Haha! Du lebst ja auch schon ewig! War das nicht doch mit 40% cooler Reduction? Ist doch noch 30 Sekunden oder nicht? Nein! Das ist ganz normal! Es sind 24! Okay! Oh! Ich hab Angst vor der Lux! Die Lux guckt so böse hier! Oh! Ich bin gleich da! Boah! Double Kill! Wow! Okay, so langsam hab ich's wieder Mana! Boah! Shit, 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 shit! Wir haben die... Wir machen die aber sowas von fertig! Aber von feins ne! Ey, report Lux! Los! So! Report Lux! So! For too much Ulf! Ah, sie hat sich raus geflasht! Ich hab auch nur ne ganz knappe Füße! Nein! 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 Wir schaffen das! Äh... Lass mich Level 16 werden! Das ist scharf! Ich weiß gar nicht welchen Lux ihr Feuer hat! Oh mein Gott! Okay, die war alle! Ja! Ja! Alle Lux! Jeder einzelne Lux! Jeder einzelne Lux! Lass euch da bloß keinen Kill abluxen! Ah, weg! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Das ist jetzt Zeit für schlechte Wortspiele Sven! Oh Gott, danke! Nein! Du bist neben ihr selbst! Warte! 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 Komm schon! Wo ist die? Wo ist die? utilise! Jetzt haben sie mich gesehen! Ist ja furchtumlos, nebergems Hendel! Ich finde das geil, das macht nicht Spaß! Ich bin gott-like! Das finde ich super! Yes! Ohh! das schild das schild das schild das schild kam wirklich gerade so raus nein diese luchs diese luchse sie hat überleben man nicht mehr legendary werden lasst mich legendary werden ich habe in 20 sekunden meine old ich will nicht sterben ich habe meine rolle menschen der reichweite menschen der reichweite der wg fag hier nein okay ich war der stück ich glaube ich bin auch noch den anderen alter während dessen luchst du den anderen bieder ist wieder auch mehr ability power was hole ich mir meine güte ich hab 40 prozent kurde er muss noch 16 werden ok das war es mit der formation glaube ich ich habe 30 sekunden kurde und mit 40 prozent kurde redaktion das ist doch krass ich hab uns erhöht ich hab uns erhöht ich dachte wartet nicht beendet nicht beendet einmal noch einmal doch du hast die andere das ist doch nicht ja ok fuck that shit oh super